Das ist Max. Aufgrund von Rückenschmerzen und dem Wunsch ein bisschen abzuspecken, sucht er ein Fitnessstudio, wo er nicht nur betreut trainieren kann, sondern auch Hilfestellungen zur Nahrungsumstellung erhält. All das und noch vieles mehr findet Max beim Body & Soul in Bodenwerder. Nach dem Gesundheitscheck nimmt Max am Rückentraining teil. Der Ernährungsexperte hilft ihm bei der Ernährungsumstellung. Um seine Kondition zu stärken, nimmt Max an verschiedenen Kursen wie Cycling oder dem Milan-Training teil. Und wenn Max Lust auf Wellness hat, kann er auch die Sauna oder die Sonnentherapie nutzen. Denn Body & Soul bietet nicht nur eine ganzheitliche Betreuung, sondern auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis mit All-Inclusive-Service an. Ein Preis, in dem alles für Fitness und Wellness enthalten ist. 신 Adventschaft sjung. Denk überlebt Lab 911- την Bud cash-Leistungs-Verhältnis. Und då har ich den Kondition mit All-Inclusive-Exper tickets, haben Sie an diese PlarınıverkatGourppel gezeigt. Untertitelung des ZDF, 2020